ja wenn man bastelt dürfen natürlich bänder nicht fehlen hier zum beispiel perlon faden in transparent oder in schwarz es gibt diese fäden als stretch version also dehnbar oder eben als starre version und da jeweils auch in verschiedenen stärken die haben wir natürlich in verschiedenen bandfarben ganz klar damit die natürlich zu den jeweiligen teilen passen und da am wenigsten ausfallen hier mit zehn meter in der stärke 0,8 die haben wir in ganz ganz verschiedenen farben und somit fallen eure jeweiligen perlen kombinationen hier natürlich bei diesen bändern natürlich am wenigsten auf